willkommen zurück zu black desert online wir sind hier in heidel und sollten mit ich bin weg der fluss ist rufen lässt bitten was der fluss lässt rufen die maler seid ihr das entschuldigt wiemals hat dass ich euch nicht erkannt habe obwohl ihr heil so viel geholfen habt alles was ich tate diente zum ruhm heidels die geschichte wird dies überliefern was er hat keine quest für uns schwerte schatten russ aber doch nicht die quest da sind krebs gedöns quatsch ich drück mal drauf quest hier erreicht sequenz das hohen was noch ist ein cover-up ist das gräß Was du sprichst? Manchmal sprichst du riddels. Bring the sword. This Shadow Knight's sword was found at the extraction mill. It was found in Dawson's lodging. His maid discovered it when she was cleaning. He made some kind of pact with the Shadow Knights. We simply must determine what Dawson is planning. I will meet with him. Prepare my horse. Da wird sich bestimmt wieder der Schattengeist ranlarmen. Oh ja. Wir werden schon rufen. Was? Nein. Ich seh bloß, dass ich schon wieder post hab. Äh, oh ja. Ich müsste auch mal... Kostümset, Soldatenanzug aus Serenia kriegen wir. Oh, schön. Ja du, ich noch nicht. Keine Ahnung, was weiß ich. P-p-p-p-p. Erstmal löschen, so. Dann geht das nicht zu löschen. Erst löschen. Weil du ein Noob bist. Dein Gesicht. Jetzt. Okay. Ähm, abgeben. Abschließen, jawohl. So, neue Quest. Eine geheime Anfrage. Ist das beide auch? Ja. Gut. Ich hörte, dass ihr viel für Serenia tut. Die Berichte zeigen, dass ihr weit mehr getan habt, als ihr musstet. Es scheint, dass ihr bei euren Handlungen niemals zögert. Wie ich also sagte. Ich will, dass ihr zum Nordwestor geht. Findet Romano und berichtet das mit ihm. Äh, was mit ihm passiert ist. Ich hab schon gedacht, das war mein Mann, der jetzt so guchmelt. Ja, ja. Das wär auch nix nice. Äh. Quatsch nicht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh, ich hab schon wieder einen Goldbarn. Und eine Kiste. Ein Soldatenanzug. Erstmal das Kostüm an, das wir bekommen. Glaub ich. Äh, wo haben wir das denn? Ach da. Kostüm ist jetzt. Ne, ist das das? Immer? Soldatenanzug aus Serenia. Ja, genau. Äh, bin ich gut. Oh Gott, sieht das hässlich aus. Ich weiß nicht mal, wo es hin ist. Irgendwie hab ich ausgepackt und jetzt seh ich's nicht. Ähm, bei Inventar hast du oben noch einen Reiter Perle zum Beispiel. Ach da. Ja, das sieht so hässlich aus irgendwie. Gefällt mir nicht. Das ist dieses ganz normale Soldatenmaß. Sind das nur zwei Teile? Ja, ja. Nö, das ist kompletter Anzug. Das ist halt dieser komplette Soldatenanzug. Von Serenia, von diesen Soldaten hier. Oh. Noch zwei Pfotplätze. Arbeitsvertrags-Paket für Meisterlichen Arbeiter. Oha. Und noch irgendwas anderes dran. Also das ist alles, was ich anziehen kann daraus. Ähm, ja, ich hatte auch einiges drin gehabt. Ich hab' jetzt noch zweimal Vorteils-Paket. Sieben Tage. Spendigeren. Unterwäsche, Junior. Ja, das habe ich auch drin. Oder hatte drin. Ich habe es irgendwie angelegt. Oh, ich finde das eigentlich ganz okay. Warte mal, das siehst du gerade nicht. Kann ich das ablehnen? Kann ich. Hier, guck mal auf meine Beine. Seh dich nicht, wo bist du? Hier, nimm dir. Guck mal auf meine Beine. Da siehst du so ein Zebra-mäßiges. Jojo. Das war auch bei mir drin mit dieser Unterwäsche, was da gemeint ist. Finde ich hässlich. Das ist wie so eine Art Glücksrad. Das wird zufällig ausgewählt, was du bekommst. Das kann jetzt das sein, was ich habe oder was anderes. Ich hoffe nicht, was anderes. Ich ziehe diese Rüstung nicht nochmal an. Mir gefällt die nicht. So, ich muss jetzt nochmal kurz zur Bank. Warum? Weil ich noch Post habe, deswegen. Du könntest die Post auch hier abheben und ans Lager senden. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte direkt ans Lager. Bist du? Nein, bin ich nicht. Also, die müssen wir eh in die Richtung hier. Du zögerst das Projekt unnötig. In die Länge. Ich weiß. Hast du ein Problem damit? Wollen wir die Quest beim Juwelier annehmen? Oh Gott, wo gilt das? Ja, du wolltest unbedingt zur Bank. Nö, ich nehme nichts weiter an. Ich gehe erstmal ganz normal der Hauptreihe jetzt weiter. Habt ihr erstmal ein Mörchen gegeben? Du hast schon wieder Hunger. Wenn ich Lust habe, kann ich, nachdem wir das Projekt hier beendet haben, kann ich nachher hier immer noch weiterspielen. Also, mir gefällt das Spiel soweit. So, gut. Ja, auch, wenn es mir nicht so ruckeln würde. Wenn der Rechner nicht so pusten würde, der Arme. Ja, das ist ja bei dir nur. Wenn mir geht es so einermaßen. So, einmal alles. Danke. Oh, 2,8 Millionen. Kann ich nie aufnehmen. Na schön. Muss ich halt... Du nimmst die Post, drückst den Haken bei Ansage, senden rein und dann annehmen. Achso. Warte, muss ich kurz nochmal gucken. Ups, ich bin noch halt... 1,3 Millionen. Halt. Nein, nicht 1,33, sondern 1,3. So. Äh, jawohl. Gut. Freise. Wir sind auf Freise. So, was war jetzt hier das? Was wir hier anzulegen? Oh, schön. Das macht es natürlich einfach. Oh, wir haben es... Tags, oder? 3 Uhr 46. Nachmittags, 10 vor 4, oder? Ja. Unbeschall in deutsch Zeit, ja. Das ist richtig. So, gut. Dann habe ich jetzt keine Probleme damit. Einmal bitte aufsteigen, aufs Pferdchen. Na, hopp. So. Auf den Teller und hopp. Auf den Teller und hopp. Nur feinstes Porzellan. Hier, hier. Da kommen die ganzen Teller aus dem Schrank geflogen. Hier, hier. Nun, was der zu sagen hat. Einfach mal, weil ich es kann. Du kannst nicht. Bist du schon da? Nö. Ich wollte schon sagen. Gesünder. Seid ihr es, der unsere Kartoffeln klaut? Natürlich. Ich klaue immer Kartoffeln. Heute gab es Kartoffeln zum Mittag. Habe ich schon erzählt, ne? Ah, deswegen Klausel, Kartoffeln. Kartoffeln und Schnitzel. Na, bei mir gab es heute auch Kartoffeln. Aber mit, was war es? Schweine oder Rinderbraten? Keine Ahnung. Keines von denen. Äh, du bist da falsch, ne? Ich weiß. Ich wollte mit dir reden. Habe ich es gar nicht? Gott, was nun? Ich habe da in Sicherheitszone getreten. Ja, wisst du? Ich habe jetzt ein neues Wissen verfügt über Partari. Ich habe keine Ahnung, wie auf der Sprache ich bin. Papa, Papa, Papa. Papa, Papa, Hatschi. Und dann geht es ganz gemütlich weiter. Nicht mit ganz gemütlich weiter. Hier, muss ich mal durchziehen. So, ja. Wuh. Hallo. Ich habe heute schon gearbeitet. Was ich faszinierend finde, ich bin im Trab unterwegs und das Pferd frisst aus. So, als hätte es irgendwelche... Fünf Teufel ist das hier. Ja, deswegen kannst du auch... Das ist ein wandelnder Busch. Ja, ich sehe das. Deswegen kannst du... Ein wandelnder Busch. Guck mal. Das ist so ein Krebsding. Ich bin auch so ein. Läuft ja zurück. Äh, die haben mich angegriffen, deswegen. Ähm... Drei Buschärgern. Ein wandelnder Busch. Äh, da kannst du eigentlich auch aus dem Trab rausgehen und volle Kanne gehen. Nö. Ja, doch, wenn du aus dem Trab rausgehen und volle Kanne gehen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe dir gerade eine Möhre gegeben und der Balken ist schon wieder halb leer. Also verfressen wie sonst auch, ne? Guck mal, mein Pferd ist auch ein bisschen größer, habe ich das Gefühl, oder? Ich habe keinen Kerassegaul. Mein Gaul frisst eigentlich noch. Hm. Egal. Naja. Schneller! Aufgewärmt hat er sich. Dann kann er jetzt mal ein bisschen Speedy gehen. Was soll das denn heißen? Denn? Oh, die Aufwärmphase. Ja. Denen ist wichtig, weißt du. Achso. Die Muskelkarte. So. Oha, hier haben wir... Oh ja. Hier sind eine Menge Kerstar. Kannst du dich dann austoben. Erstmal muss er aufbauen. Nee, abbauen. Waren wir hier nicht schon mal? Oder wird nicht verkehrt? Ähm. Nee. Nach dem Karte-Zurzeln waren wir hier schon mal. Weil die Karte wird ja immer erst nach und nach aufgedeckt. Aber das kann nicht sein, weil hier oben waren wir noch nicht. Doch, ich war hier schon mal. Ich habe nämlich bei der Tante hier, habe ich nämlich Sachen verkauft. Ich war hier schon mal. Warum, weiß ich nicht. Aber ich war hier schon mal. Ich bin sicher, dass wir hier schon mal waren. Ja, das kann gut sein. Ich bin noch gequatscht. Auf zur Taten! Okay, ich bin in der Kampfzone. Das sieht so hässlich aus. Stimmt ihr aus... Nee, stimmt nicht. Stammt ihr aus Kalfian? Wenn dem so ist, dann sagt das lieber nicht. Die Leute werden euch sonst fressen. Verdammt, falscher Soldat. Ja, ich habe auch gerade gedacht, hä? Geil. Der hier. Es werden weiterhin Vorräte gestohlen. Ich bin kurz davor, nach Heil berufen zu werden. Wenn ihr hier nur irgendwie herauskommen könnt. Nee, bin ich hier. Okay. Der Fürst hat euch geschickt. Ihr müsst ja Maler sein. Ja, ich wollte schreit wieder mit dran. Äh... Chris? Wo ist das Schwarzpulver hin? Ja, Schatz, wo ist denn das denn? Erzähl mal. Frage Klava, der will doch immer alles in der Luft jahren. Nee, das ist auch der Denkster, der immer den Dynamitbruch. Hm. Was hat der Großhofmeister nur vor? Jetzt bin ich in diesem... Jetzt bin ich diesem Jungspund ja blind gefolgt. Aber wenn er so weitermacht, richtet er den Zorn Kalfians auf sich. Aber vielleicht hat er ja noch etwas in der Hinterhand. Wie dem auch sei, sprecht mit Dilanoa. Er hat das Schwarzpulver versteckt. Jetzt steht hier so eine alte Bruchkuh mitten in dem Typen drin. So, dann gibt es noch eine Quest. Verwalter... Läuft die durchs Bild? Verwalter der Fördermühle. Diese Fördermühle wird von Darius geleitet. Ihr wisst, dass Darius aus Kaifern kommt, oder? Wusstet ihr nicht? Kaifern hat diese große Fördermühle gebaut und alle unsere Rohstoffe zu extrahieren. Sie hat das Wasser verschmutzt und es gibt so viele Dinge, auf die man achten muss. Dass Fürst Kruzio... Ja, hab ich richtig gelesen. ...mir eine Medaille oder eine andere Anerkennung geben sollte. Hm. Deswegen? Ihr solltet mit Darius darüber sprechen. Yay! Ihr erhaltet Wissen über Schwarzkristallfördern, oder? So, kurz gucken, da habe ich noch irgendwo einen, ein, ein, ja, einen Waff. Ja, hier habe ich noch was. Oh, alte Bronzemünze. Ich habe noch 18 Stunden XP-Waffe, ey. Ist so geil. Aber ein kaltes Altbier kann man sich schon mal gönnen, nicht? Du gönnst ja so meistens besser. Nach dem Wochenende habe ich mir das verdient. So. Äh, hier sind noch weiter Quests. Wollen wir mal nachgucken, oder? Ich bin leicht verwirrt, ich habe hier mit Banditendurch. Kann ich die... Ach, neue Quest, Banditendurch. Ach so? Hast du auch einen Banditendurch? Ähm. Nö. Ja, geil. Ich habe schon wieder eine Quest, die du nicht hast. Ja, das ist wie letztens mit dem, was du nicht hattest, aber ich dann. Weißt du noch? Ja, weil ich es weggeschmissen hatte vorher. Wahrscheinlich habe ich es auch weggeschmissen, wenn wir es. Dann breche ich die mal wieder ab. Augenblick. Nein, das war nicht elf. Aufgeben. Ja. Oh, falsche Tasse. So. Und weg damit. Ba, 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 ba. Ich bin fertig. Hallo, Koch. Was? Koch? Hier, Koch. Koch der Fördermühle. Mühle. Was? Den Arbeitern in der Fördermühle etwas zu essen geben? Was für ein Schwachkopf. Das geht nicht. Meinst du Kochzutaten? Täglich neue... Täglich... Falsch geschrieben. Täglich neue Rezepte zu erfinden, ist eine Herausforderung. Man muss sich immer zu neuen Zutaten oder neue Zubereitungsmethoden einfallen lassen. Ich glaube, ich habe noch nie Zutaten von einem Grasrückenkrebs gehabt. Könnt ihr mir nützliche Zutaten von Grasrückenkrebsen besorgen? Geil, wir dürfen Hecken scheren. Siehst du, das war dieser Krebs, der dir da vorhin hinterher gelaufen ist. Und weißt du was? Es gibt Backfisch dafür. Geil. Noch mehr Quests? Nein. Verabschieden. Tschüss. So. Ich will die Hecken scheren. Äh, du, hier ist noch jemand. Was? Wie? Wo? Ach nee, das ist der Stallwart. Ich wollte gerade sagen. Hecken scheren! Handelsaufsicht? Was ist das für eine? Ne, nein. Wir haben einen Hecken. Äh, willkommen. Dies ist das Nordwest-Tor. Weiter? Aha, mehr nicht. Handel. Aha. Hallo Stein. Och nö, nicht die wieder. Wo bist du denn? Och, die ist schon weg. Das sind nicht unsere Heckenscheren. Das sind diese Kacksteine. Die Meinung sind ich kräftig jetzt an. Hä? Ja, hier waren wir schon mal. Nö, das sind die Kacksteine. Ich hab doch noch einen Trauma von denen. Was müssen wir überhaupt hier machen? Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Ist eh nötig. Quest-Tier erreicht. Warum auch immer. Ich hab nicht mal was gemacht. Ne, oh gut. Ich hab schon was gemacht. Aber ich hab das Quest-Tier natürlich noch nicht erreicht. Ja, kein Grasrückenkrebs. Ich hab nichts gemacht. Ja, ich töte ja auch. Du kriegst natürlich die Belohnung. Das ist natürlich der Wisch. So muss es sein. Boah, die fetten Krokos hier. Dass die nicht angreifen. Krass. Da hätte ich Angst vor dem Vieh. Hey! Was soll denn das? Finde ich mich auch hier. Wir sind doch in der Gruppe, ne? Ich kann hier nichts looten. Haha, ich auch nicht. Wieso? Keine Ahnung. Der sieht auf jeden Fall so grau aus. Ah, ich hasse diese Fe... Hey, 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 hey. Bisschen, Mann, Geißel. Hey. Das war mein letztes Mal schon scheiße. Du hast sie sofort fertig und ich darf wieder drei Stunden kühlen. Oh, ich hab sie auch fertig. Du siehst, das halte, doch. Ich kann immer noch nicht looten. Why? Ich kann auch nicht looten. So ist es nicht. Ich hab wieder was kaputt gemacht. Gib's ruhig zu. Du hast es kaputt gemacht. Ich war pünktlich. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich war auch pünktlich. Abgeschlossen. Wo ist das Schwarzpilber? Das müssen wir noch machen. Ich hab mal einen Wegpunkt gesetzt. Ich hab mal einen Wegpunkt gesetzt. Ob du einsetzen willst, weil ich nicht. Mir ist das egal. Na, wir müssen doch mit Darius und Delano sprechen. Na, Ena ist hier hinten irgendwo da in diesem Sumpf. Zumindest der Schwarzpilber ist hier. Da war ich, da wollte ich auch hin. Ja, so ist er nicht, ne? Ja, ja, ja. Das sehe ich, wo du auf der Leinkarte schon wieder rumstrom hast. Mach's mich, Mann. Hallo, Herr Walter. Ach, hier ist Delanoir. So, wo bist du denn? Ich bin bei Verwalter der Fördermülle Darius. Wo bist du? Ich bin bei, äh, Sprecht mit dir, Nola. In der Fördermülle. Na, wieso machst du immer was anderes, Mann? Weil du ein Noob bist. Wie ist denn weibliche Form davon? Sonst bist du sehr rassistisch. Du bist nur ich. Ah, geh weg. So. Na, dann liest mal vorher von und zu. Ich schon wieder. Kann ja sein. Hier funktioniert aber auch gar nichts. In Kaufjahren passiert sowas nicht. Oh, Mann. Immer wenn irgendwas los ist, werde ich an meine Pflichten, Pflichten, Pflichten heilert. Schwarzpulver? Was redet ihr denn da? Wollt ihr mich in Schwierigkeiten bringen? Na gut. Hauptmann Romano hat mir befohlen, es zu verstecken. Es liegt zwischen den Bomben. Was? Behalte diese Information bitte für euch. Bomben, natürlich. Noch mehr Bomben. Verschleerung. Verschleerung ist... Statik. Taktik. Oder Taktik. Statik. Darius kommt hier in letzter Zeit immer öfter vorbei. Er beschwert sich dann und sagt, ich soll die Sumpfkreaturen mit meinen Bomben verjagen. Hoffentlich hat er noch nichts vom Schwarzpulver mitgekriegt. Bei jedem seiner Besucher bleibt mir das Herz verstehen. Wieso soll ich eigentlich ständig diese blöden Viecher in die Luft jagen? Was hat der davon? Ach, ich wäre so gerne ein Abenteurer. Oder Soldat. Wie mein Vater es mir empfohlen hatte. Vielleicht könnt ihr euch ja um die drei Ex-Kopf-Echsen und Grasrückenkrebse. Geil. Doch, mehr Rückenkrebs. Ach, scheiße, ich habe ihn zu übersprungen. Hörmann. Ähm. Dann sind wir Darius los und ihr bekommt euren Lohn. Danke. Ach, ihr habt es so gut. Ja, total. Danke. Wir dürfen Steine vermöbeln. Nein, Steinrückenkrebs. Und das gleiche raus. Äh, warum kann ich sie? Jetzt. Oh, die rennen schon wieder. Ah ja. Jetzt darfst du die komischen Echsen hier töten. Geil. So, ich schläge down. Und ich kann immer noch nicht looten. Geil. Naja, weniger Platz für In... ...Bindung fürs Inventar. Also, Holz ist kein Loot. Loot wird übergewertet. Oh, wir sollen. Hm. Quest-Tirazer abgeschlossen. Guckt habe ich schon. Mein Gott. So, Steinrückenkrebs. Steinrückenkrebs. Hier sind keiner. Oh, hier ist einer. Das ist keiner. War ein Richterstein. Und was bist du denn? Kleiner Salamander. Fertig. Salamander. Wann bist du langsam, ey? Lass sie erreicht. Ich musste noch so einen komischen Grasrückenkrebs finden. Ich habe den nicht gefunden. Wir müssen uns beide zählen. Wir mussten doch nur töten, neulich. Nö, ich musste jetzt auch töten. Ach, das bist ja gar nicht du. Ich laufe hier gerade im falschen Spielland hinterher. Ja, das ist mir bewusst. Ihr habt so komische Picks dabei. Ich habe schon mich gefragt, wo die auf einmal herkommen. Die habe ich gekauft. Natürlich. So. Ähm. Abgeben. Wo gehen wir abgeben? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Na los. Also einer ist hier hinten. Mach mal den erst mal. Ich hätte gesagt, los. Such. Diese Beeren stammen also von den Rücken von Grasrückenkrebs. Ich werde sie sofort ausprobieren. Hab danke. Ich werde herausfinden, ob ich die Zutaten verwenden kann, die ihr mir gebracht habt. Ähm. Wann nehmt man denn? Sag mir Backfisch. Ja, Backfisch. Nehme ich auch mal. Geil. Verabschieden. Ciao. So, nächster. Wo ist der Nächster? Wo ist der Nächster? Komm, du siehst zu mir. Hören sie zu. Ähm. Da lang. Bin ich da richtig? Ja. Hoppala. Fast zu weit. Ihr seid unglaublich. Das habt ihr gut gemacht. Jetzt wird Darius hier in nächster Zeit bestimmt nicht mehr auftauchen. Achso, ich muss ja wieder was auswählen. Und dazu ein schönes Bier. Ein Backfisch. Jawohl. So. Äh, verabschieden. Noch was? Erst mit Darius. Ähm, warte mal kurz. Ich will mal eben in die Dings gucken. Hier. Backfisch. Hm. Jam, 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 jam. So. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt mit Darius reden, machen wir hier Schluss. Und wir sehen uns dann. Äh. Bei dem hier wieder. Bei Darius. Bei diesem Mann. Ja, gut. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Her segment. T-T-T. Das ist 우리.